Ja hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Der wild gewohnte Crash. Ne, natürlich bei Let's Play. Crash Bandicoot 1, äh nicht Crash Bandicoot 1, sondern Crash Bandicoot 2. Kotex Strikes Back. Also Kotex schlägt zurück, wenn man das auf Deutsch sagen würde. So, Crash bringt euch nicht immer daneben. So, boom, boom, woof. So, Redulex jetzt so langsam. Oh, geschafft. Checkpoint. Ja, Checkpoint. Checkpoint. So, hier gibt's nix. Hier gibt's ein Pferd. Also kein richtiges Pferd, sondern ein Nilpferd. Gut, weiter. Bonus Level. Sammeln wir mal wieder ein paar Leben. Blub, 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 blub. Buff. Blub, blub, blub. So, hopp. Langsam. Den, 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 den. Puff. Blub, 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 blub. Hiya. Pfff. Blub. So, eins, zwei, drei. Ja. Oh, oh. Hiya. Oh, Backe. Hä? So, das check ich jetzt grad nicht. Mach mal's nochmal, weil's grad so lustig ist. Bam, bam, badum, dum. Ding, 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 ding. So, zwei Kisten zerstört. Ha, ja. Und drei Kisten zerstört. Hallo? Aktivieren. Danke. Hi. Warum fährst du doch runter, Crash? Ja. Ich will doch nur die verdammten Leben haben. Dreimal drehen. Einmal Kiste tot machen. Einmal weglaufen. Und wie du fährst du mir hier runter, Crash? Ich sag's dir. Brain. So. Kiste, 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 tot. Kiste, Kiste, tot. So, das hätten wir auch geschafft. Zwei Leben dazu? Drei Leben dazu. Ja, das trifft sich schön. So, weiter geht's. Stöpflat. Oh, Backe. Ich nehme jetzt erstmal den Kristall hier. Diese Kisten sind zackschöne. Ja, so scheier sind sie. Och. Guck mal einer an. Da gibt's eine Plattform, die wir nur aktivieren können, wenn wir nicht sterben. So, alles tot. Ja. So, was haben wir hier schönes? Nitro-Kisten. Hier gibt's einen kleinen Trick. Da kann man nämlich, wenn man hier drauf geht, hier die Kisten kaputt machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob's anders auch geht. Aber auf jeden Fall werden wir dieses Level noch öfters betreten dürfen. So, ich will aber jetzt ein Mosk. Okay, wir haben. So, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, 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 Vorsicht. Sie dürfen Minen, ey. Die kotzen einen an. So, jump. Und jetzt. Jetzt, 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 hier rein. Ja, sehr schön. So, weiter geht's. Über die neue Trüchte. Über diese neue Trüchte. Und wir haben 56 Kisten. Ja, wenigstens haben wir das Bonus Level freigeschalten. Und wahrscheinlich müssen wir in dieses Bonus Level gehen. Ja, okay, machen wir später. Wir gehen jetzt in die Eel Wheel hinein. Dann können wir, glaube ich, den grünen Edelstein, soweit ich bin mir das nicht ganz sicher. Aber ich glaube schon, den grünen Edelstein können wir hier freischalten. Hier geht's nämlich in Wassergebiete. Das heißt, deshalb der Eel Wheel. So, komm her, du kleine Blubbelratte. Müssen wir nämlich warten, glaube ich, bis wieder welche kommen, oder? Ja, normalerweise musst du hier diese Viecher besiegen. Und das ist schon der Aal. Der produziert hier Elektrizität. Wir müssen auch schauen, dass wir hier auswählen können. So, jetzt du. Wo habe ich denn das geschafft? Auf die Plattform. Auf die Plattform. Und rein da. So, wow, Nitro-Klisten sind nicht schön. Kommen wir uns gleich mal auf die Schnelle 20 Bumbo-Früchter. Dann machen wir diese Ratten hier kaputt. Ratten sind böse. Äh, ich habe gedacht, die kann man nur mit Rutschen besiegen. Oder muss man die anhöpseln? Ja, die muss man anhöpseln. So, komm schon. Britzle dich an. Ich wollte eigentlich nur die Drehertacke machen. Verdammte Kacke. Ratte, verschwinde. So, dann warten wir hier wieder kurz. Was er ausgebritzelt hat. Ah, ja, klar. Gleich Maske wieder verloren. So, ich glaube, ich gehe erst hier lang. Hier gibt es eine Nitro-Kiste. Und ein Leben. Und wer jetzt glaubt, hier geht es nicht weiter. Denkste. Da ist ein versteckter Raum. Wow. Hier sind eine Menge Nitro-Kisten versteckt. Und ich hätte jetzt gerne... Oh, wow, 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 wow. So, hier. Hier. Ach, nee. Da hinten ist der grüne Edelstein. Ich glaube, ich noch, wenn ich mich jetzt nicht irre, zur Tinten der grüne Edelstein versteckt. So, jetzt behalten wir uns erstmal die Maske. Maske, Natta, Oligene, Bida, Atta, Nino, Bika, Ba. So, hier vorbei. Ein Nitro-Kisten. Und dann da rein wieder. Weg. Vorbei an den gefährlichen Ratten. Die uns wehtun. Dann vorbei hier an diesem gefährlichen Pritzending. So, und dann hier drauf. Ja, klar. Jetzt verbrauche ich gleich mal meine Maske. Und jetzt leck nicht. Ich finde es gerade wieder so schätze, dass es wieder leckt. Hey. So, da drauf. Da drauf. Da drauf. Und da rein. Und da sind wieder eure Freunde. Und da ist der grüne Edelstein. So, ich will jetzt hier nur raus, ohne ein Leben zu verlieren. Also, der ist schon ziemlich gut versteckt gewesen, muss ich schon sagen. So, jetzt gehen wir hier raus. Die Ratten sind auch wieder am Start. So, jetzt sage ich, glaube ich, nicht falsch. Oh. Oh, war das gut. Ja, das war so klar. Aber den grünen Edelstein kann uns Gott sei Dank niemand mehr nehmen. Den haben wir jetzt hinter uns. Also, der gehört jetzt uns. Da habe ich damals auch lange gesucht, bis ich hier diesen Edelstein finde. Ach ja. Nicht zu vergessen, die eine Kiste hier müssen wir zerstören. Ja, danke, dass meine Maske weg ist. Wenn es uns heißt, you miss a one box. Hallo, nicht lecken. Oh man, ich hasse das. Komm. Dreht sich mein Lüfter mal ein bisschen schneller. Und schon wieder anzulecken. So, da drauf. Wow, das war knapp. Ja, klar. Wie, wenn ich nicht springen darf. Danke. Ich hasse das voll. Hallo, spring. Ich habe mich doch voll... Warum rege ich mich überhaupt auf? Ist ja nur ein Spiel. Ist nicht nur ein Spiel, das ist ein Let's Play. Das zu 100% Challenge gehört. Wo man nur 100% schaffen kann. Aber nicht muss. So, grüner Edelstein, du bist mein. Aber ich finde das so toll. Wir haben einen grünen Edelstein. Wir haben noch einen weiteren Edelstein dazu bekommen. So, hier warten wir. So, und du verflickst das Kufi, du. Nein, ich will da noch irgendwie rum. Okay. Dann gehen wir halt runter. Und fallen auch gleich in den Abgrund und verlieren unsere Maske, weil es so schön ist. So, Checkpoint. Bonus. Hallo, Crash. Bitte. Wenden Sie sich... Ja, klar. Warum geht denn der nicht weiter? Oh, man. Ich schlag den so. Dermaßen. Wenn ich den in die Finger kriege. So, Crash. Wenn ich bitten darf. Ein Tänzchen, bitte. Ja, und der Kerl ist zu stören. Und ein Leben dazu. Jawohl. Und ein paar Wunderbrüfte kann ich ja an. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja. Ein paar Leben mehr. Ein paar Wunderbrüchte mehr. So, und jetzt zurück. Ich habe gesagt, er hat doch... Oh, man. Muss ich jetzt das extra Level nochmal machen? Nein, muss ich nicht, Gott sei Dank. Das schwirrt schon durch. Schon wieder zwei Wege. Okay, da hinten sind Kisten. So, jetzt bin ich mir aber nicht sicher. Muss ich jetzt erst links? Ja, klar. Geh doch kacken, du verdammtes Fidu. Jetzt habe ich gerade so schöne Leben dazugekommen. Okay, ich gehe mal links lang. Okay, jetzt wissen wir, der Kristall, der Kristall, der Kristall. An dir! Ja, woher freuchtet er? Und nochmal! So, hier geht es nicht lang. Passt. So, das heißt, wir haben jetzt 36 Kisten. Erst. Erst 36. Hopp. So, dann geht es jetzt da rein. Und mach diese Viecher hier kaputt. Crash! Crash! Sonst werde ich noch zum Assi. Hoi! Vernichte diese Ratte. Ja! So, mach das fertig. Mach das fertig. So, aber ich glaube, ich kann das Level nicht mehr abschließen. Oder? Da hält es nicht weiter. Wir müssen hier runter. Geht sich das noch aus? Nein, das geht sich nicht mehr aus. Mag die mir jetzt hier den Checkpoint, dann machen wir das kaputt. Dann machen wir einen Cut. Und bis dann, Leute. Haut rein. Und tschau tschau.